Tatsächlich, hier materialisiere ich mich wieder, aber es fühlt sich nicht gut an, wahrhaftig nicht. Ich hoffe, da ich hier die Rune finde, denn sonst fällt mir nichts mehr ein. Ectolumie! 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 Also doch... Also doch... Dorthin, wo die Flammen sind? Noch einmal? Verdammt! Verdammt! Oder Moment... Komme ich hier durch? Ah! Lomé! Tial! Nein! Zu! Für einen Moment spürte ich Hoffnung. Nur das Wasser kann sich seinen Weg hier durchbahnen. Ah! Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Nein! Nun denn... Zurück! Hm... Oh! Oh! So! Puh! Die einzige Chance, die ich noch habe, denke ich, ist die hier rüber. Durch die Flamme ganz nach hinten. Und das ist der gefährlichste Weg. Verdammt! Puh! 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 Es hilft nichts! Das hier führt in eine Sackgasse, die tödlich ist. Hier... Habe ich eine Statue, die mir nicht weiterhilft. Moment! Jetzt... Da die... Hieroglyphen... wieder leuchten, kann ich es erkennen. Diese... Wesen... Diese... Dieses Wesen, das ich gesehen habe. Es lässt sich durch Licht an eine Stelle halten. Und... Es waren ehemalige Arbeiter hier. Halb... Hm... Lebewesen, halb organisch, halb Maschine. Sie... Sie... Und da sagt die Rune, müsste gefangen werden. Müsste gefangen... Ach... Ach... Also nochmal... Das Ganze, bis meine Seele völlig ausgehaucht ist. Ha! 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 Tial-Uda! 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 So... Jetzt kommt es drauf an. Hektolum... Zum 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 zum. Tzauff Indiana. Totumki und Haltけ die Rune. Und las... Tialo da Moment Tialo da Ectolome Tialo da Tialo da Es geht nicht runter Das dauert ewig bis es runter geht Moment mal, vielleicht anders Tialo da Tialo da Tialo da Und komm rein Ectolome Komm, 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 Junge Tja Tja Was hab ich jetzt gekonnt? Ach Außer, dass ich Schon wieder richtig schwach bin Nicht viel, ne? Denn wenn ich es jetzt wieder anwerfe Und warum Um alles in der Welt Gehen bei ihm nicht diese Runen an? Ectolome Jetzt hat er sich beruhigt Ach Halbwegs Ach Verdammt, ich komm hier nicht zurecht Was ich genau hier machen soll Das ist mir echt zu hoch Das ist mir echt zu hoch Ach Hm Denn wenn ich es jetzt wieder Ach Moment Dort hinten ist ja eine Tür Aufgegangen Puh Hätte ich beinahe gar nicht gesehen Ectolome Moment Moment, Moment, Moment Puh Nicht so einfach Das Ganze hier Nicht so einfach So, erst mal zu Atem kommen. Was steht hier dran? Nur diejenigen, die nicht von Macht hergetrieben sind und Justitia in ihrem Herzen tragen, können die Macht erlernen, die von Zeichen des Feuers ausgeht. Sie wurden zu den Verkündern von Justitia und waren verantwortlich für die Durchführung der Ordnung unter Zuhilfenahme ihrer Macht, aber nur dort, wo Verrat an der Wiesenheit des Equalitas begangen wurde. Obé, quenu! Es reicht nicht. Obé, quenu! Moment. Moment. Tial-Ida. Nein. Tial-Uda. Verdammt. Welch mächtige Magie. Verdammt. Sie Including Young. D Oklahoma. Doch, was hab ich erreicht? Ich brauche immer noch einen Spruch. T raci-iu. Tialian. 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 Sant. Was ist geschehen? Tialian. Tialian. Der Boden natürlich. Hätte ich hier rauf gemusst? Damit ich hier oben weiter kann? Ist das des Rätsels Lösung? Doch. Dann einen Moment, dann anders. Tial, Uda! Hier geht nichts mehr. Tial, Uda! Tial, Uda! Habe ich es verbaut? Komme ich nirgends mehr hin? Oder Moment. Komme ich hier rauf? Eventuell. Ähm, Moment. OB, Kenu! OB, Kenu! Oh, B, Kenu! Ich komm nicht hier rauf! Ah! Ich kann mich hier nicht festhalten! Ah! Keine Chance. Tja, und dann? Ich denk, ich muss hier rauf. Aber, soll es mir so verwirrt sein? Ah! 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 Ich komme nicht weiter hinauf. Ah! Keine Chance. Verdammt! Joo! Drei! 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 Vielen Dank.